hallo liebe zuschauer ich bin wieder für euch da heute ganz andere thema ich habe eine kleine video gehabt es geht um daunen und daunenjacken oder weste ich zeige euch genau wenn ihr selber waschen tut was können sie also musste darauf achten als erstes schaut sie diese seien so genau also das ist waschen klar und diese dreieck ist bleichen also das heißt weggestrichen also alles was scharfes keine ahnung mit bleichen zu tun hat und flecken nicht bearbeiten bügel ist auch klar diese kreise wo durch gestrichen ist das ist chemische reinigen das heißt darf man nicht chemisch reinigen wenn in dieser kreise steht dann ist chemische spezialreinigung so das wichtigste thema ist bei dieser also sagt man beim daunen trockner ja in dem fall ist auch weg gestrichen bei manche steht zum beispiel ein punkt oder zwei oder drei punkte das heißt die temperatur also das musste schauen und achten dann klappt ganz gut aber wenn beim trockner so durchgestrichen ist könnte trotzdem in trocken rein tun aber mit einer milde temperatur also 30 grad und wichtig ist beim daunenjacken nicht auch wenn hier steht zum beispiel darf man trockner dann bitte nicht eis trocknen immer langsam trocknen lassen manchmal dauert 23 stunden also einmal trocknen dann lassen raus das kalt wird und dann wieder dings in trockner ein und langsam trocknen also immer langsam trocknen bei uns reinigen wenn wir reinigen wir haben ganz andere systeme und andere trockner und so weiter das geht einfach aber den habe ich extra gemacht damit dass ihr seht okay nach dem waschen und trocknen trotzdem ist das nicht so wie es sein sollte ja das sieht man das zum beispiel hier ist also ob da keine daunen drin ist und ganze daunen ist hier ja hier ist so richtig füllig und da ist glatt ja also die daunen verschieben sich also wenn richtig getrocknet ist und so dann lasst sie kalt werden und sie sucht euch ein stab schaut sie dass am ende ist nicht scharf oder sowas weil sonst beschädigt und dann tut sie anfangen zu schlagen also klopfen durch diese schlagen kommt druck dass die daunen richtig verteilen sich ja das ist wenn ich jetzt so lassen hier ist keine und da sitze da ist voll sitze das alles rüber gegangen und so könnt ihr machen also am besten wenn es möglich gibt sie zum reinigen das mache ich keine werbung für uns ist es immer sinnvoller weil man braucht wirklich sehr dings stromverbrauch ja dann die trockenzeit beim baum ist sehr wenn man will gescheit haben einfach länger dauert also nicht schneller und immer langsamer trocken lassen dann dann geht das ja besonders wenn das somit viele kästchen sind dann sitze hier ist ein bisschen leer und da ist voll und das das geht alles wenn man klopft ja richtig klopft dann wird das alles so wie es am anfang war und wie es neu war so wird es sein also den reinfolger merkt euch und so geht es am einfach und beste also ich hoffe dass euch gefreut hat so einfach so klopfen und dann ist eure jacke wieder gut ok ich hoffe dass euch dieser tipp gefallen hat bis nächstes video auf wiedersehen